Ah, was war das gerade in meinem Gesicht? Huh? Schwarzer Blob? Hallo, kleiner schwarzer Blob. Was bist du? Hallo? Albträume. Ah! Der Pinguin im Haus, Flo, ein Pinguin ist in unserem Haus. Nein, es hat reingeschneit. Du hast das Fenster offen. Nein, habe ich nicht. Ich habe es doch gerade gesehen. Nein, das war zu, das war zu. Und deswegen ist es hier so kalt. Leute, erstmal nach Hause. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen hierzu Wintermeerjungfrauen. Das sind wir nämlich. Warte, unsere Tür ist hier zugeschneit. Der Pinguin. Der sieht voll süß aus, wenn der runterflattert. Tupst du ihn runter? Pinguin, du gehörst dir nicht rein. Du musst rausgehen. Warte, da ist unsere Mama. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Meermädchen. Guten Morgen, Meerjunge. Ihr seht zauberhaft aus. Yeah, wir haben nämlich auch richtig coole Sachen jetzt an. So Winterkleidung haben wir. Und du bist einfach blau. Ich bin einfach Eis zaufen. Ja, es ist so kalt, Flo. Braust du ein bisschen Wärme. Setz dich doch da ans Feier. Es ist jetzt Winter. Und das bedeutet, in der Schule bringt man euch eure neuen Fähigkeiten bei. Boah, das ist das erste Mal, dass ich mich auf die Schule freue. Was machst du denn da, Flo? Ihr habt die gleiche Farbe von der Schwanzflurse. Hier ist euer Frühstück. Vergesst nicht, eure Rucksäcke mitzunehmen. Ne, die nehmen wir mit auf jeden Fall. Essen. Eiscreme zum Frühstück. Ich habe Erdbeereis bekommen. Lecker. Ich habe Pistazien. Pistazien. Wollen wir tauschen? Ich mag Pistazien lieber. Nein! Nein! Flo, du hast deinen Rucksack vergessen. Den musst du auch mitnehmen. Hast deinen schönen Schultag. Warte, hier hast du ihn. Dankeschön. Bis dann, Frau Mutter. Okay. Wo ist der Pinguin? Hast du ihn rausgeschickt? Ja, der ist weg. Der ist hier auf dem Eis. Na, Pinguin, schießt hier gerade eine Runde. Alles klar. Dann viel Spaß noch. Hier hat jemand schon Schneeband gebaut. Guck mal. Wolltest du ihm gerade Eis verfüttern? Den Pinguin? Nein. Nein. Das hatte ich gar nicht vor. Junge, ich will mein Eis nicht mit irgendwelchen Pinguinen teilen. Das ist schön alleine. Was macht sie denn? Ah nein, ich bin jetzt besser gefallen. Das ist noch nicht ganz gefroren hier, der Fluss. Guck mal. Warte, wir müssen zur Schule. Wir kommen dann zu spät. Wir müssen hier vorne. Da ist die Schule. Okay. Mehrjungenfrauen, Mann, Schule. Und blau. Hallo, Schule. Hallo. So, wir setzen. Sollen wir uns schon hinsetzen? Hallo, Kinder. Endlich ist der Winter da. Und ihr seid bestimmt gespannt auf eure neuen Fähigkeiten. Fähigkeiten? Setzt euch. Ich verteile sie gleich. Ah, hallo. Na, Mehrjungenfrau Dino. Mehrjungen Dino. Warte, was? Das ist eigentlich nur zur dritten Klasse. Ja. Das ist heute eine kleine Klasse. Es gibt nicht so viele Mehrjungenfrauen auf der Welt. Warte, was gibt sie dir da? Eine Bucht. Das sind die Fähigkeiten, Truhe. Ich will auch eine. In diesen Kisten befinden sich eure neuen Fähigkeiten. Macht sie ruhig auf. Yes. Endlich. Winterfähigkeiten. Und zack. Hast du sie bekommen? Ich habe sie, Flo. Ich habe meine Fähigkeiten bekommen. Yes. Es sind so kleine Muscheln. Na los. Oh, was? Geht schon raus und probiert sie aus. Die Schule ist für heute vorbei. Yes. Das war ja dein schöner Schultag. So einen Tag könnte ich immer haben in der Schule. Nicht mal eine Minute. Yes. Fähigkeit. Ah, was machst du denn? Oh mein Gott. Hör auf damit. Wir sollen eine nach der anderen ausprobieren, okay? Oh Mann. Du siehst aus, als wärst du in einem Schneesturm gefangen. Irgendwie, keine Ahnung. Was hast du getan? Ein Wirbelwind ist so, ey, cool. Nicht, dass das jetzt wie so ein schwarzes Loch ist oder sowas, was alle mehr und Frauen hier aufsagt oder so. Das darf ich mal nicht. Warte, was machen wir jetzt zuerst? Oh, ich werde langsam auf. Vampir? Hey, Vampir? Das ist eine Fledermaus. Guck dir die Augen an. Bruder, wo bist du? Hey, ihr da. Habt ihr meinen kleinen Bruder gesehen? Deinen kleinen Bruder? Nö. Hast du deinen Bruder gesehen? Ihren Bruder gesehen, meine ich. Er wollte baden gehen. Aber jetzt, wo Winter ist, ist das Meer zugefroren. Okay. Er wollte baden gehen bei dem Wetter? Helft ihr mir, ihn zu finden? Nö. Das war's doch. Ja, na klar. Macht dir keine Sorgen, wir finden deinen kleinen Bruder. Der ist bestimmt noch irgendwo baden. Wir helfen dir, okay? Wir gehen mal suchen. Oh, hier ist echt eine Fledermaus. Guck mal, hier, vielleicht ist er irgendwo hier. Ein bisschen Tauchen üben. Ich will eigentlich gar nicht baden. Wir sind zwar mehr Frauen, aber es ist so kalt, das Wasser. Ja, ja, ja. Ey! Nimm das! Hab ich dich jetzt eingefroren? Was, ich hab dich eingefroren? Was hab ich getan? Du bist zu einem Eiszafchen gefroren. Jetzt bist du wieder aufgetaut. Oh mein Gott, was? Wie hab ich das denn gemacht? Yes, das war unsere erste Fähigkeit. Wir können Leute einfrieren. Da vorne beim Schiff vielleicht. Wollen wir da mal gucken? Oder hier auf dem Eis irgendwo? Hallo? Ist da irgendein Berghof, Mann? Warte, da war was. Da war was. Schau mal. Ja, da unten. Hier? Nee. Hier ist jemand. Hi! Was machst du denn da? Hilfe, ich bin hier drüben. Wir müssen ihm raushelfen. Warte, Flo. Und wie? Ich weiß es nicht. Das Wasser ist so kalt. Schnell, helft mir raus. Ah! Das Wasser ist echt kalt. Wir müssen ihn hochboxen. Los! Mach's ihn raus! Hast du ihn? Yes! Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Arme, der war die ganze Zeit unter Wasser. Ja, trinkt einen Melonesaft. Dann wird dir warm. Mein Plüschtier! Ich hab es irgendwo verloren. Ich wollte es suchen. Aber dann ist das Wasser gefroren. Wahrscheinlich ist es so einfach urplötzlich. Zack! Und dann war Winter. Ja, das wird abgesunken worden. Vor allem, wie dick das Eis ist hier. Es muss hier irgendwo sein. Warte, im Wasser? Oh nein. Hallo. Wollen wir suchen? Ich glaube, du musstest unter Wasser suchen gehen. Ich kann nichts sehen unter Wasser. Okay, die Luft dann. Okay, guckst du da? Ich guck mal hier oben, ob es vielleicht hier oben irgendwo liegt. Ob wir sein Flüsschiff finden können. Warte, hier ist ein Schiff. Da kann man reingehen, richtig? Oh Gott. Ein Skelett. Ein Skelett. Okay, unten ist es nicht. Unter Wasser ist es nicht? Zumindest glaube ich das. Hier vielleicht? Warte mal. Ja, ich bin auf dem Schiff drauf. Hier ist was. Ist das ein Flüschtier? Kuscheltier. Ja, das ist es. Das ist ein Flüschtier. Ich hoffe, das ist das Richtige jetzt, was wir hier haben. Warte, kommen wir hier runter? Ja. Hier, bitteschön. Ist das der Richtige? Das ist ein... Oh Gott, der wäre beinahe über das Eis geslidet. Das ist ein Kuscheltier. Ist das deins? Das ist es. Ja, danke. Ja, cool. Alles klar. Gerne. Kein Problem. Du solltest jetzt aber zurück zu deiner Schwester. Ja, die wartet bestimmt. Die macht sich bestimmt Sorgen. Da vorne ist sie. Guck mal. Hier ist deine Schwester. Die wartet schon auf dich. Dann rede mal mit ihr. Vor allem, wie schnell du unter Wasser... äh, über Wasser bist, meine ich. Ja, gell. Ja, wo wir unsere Flossen. Auf dem Eis. Ja, mit den Flossen sind wir voll schnell. Warte, wollen wir eine Runde weg tauchen? Ja, da verlierst du. Okay. Ja, wenn du wieder zu früh angefangst, verliere ich vielleicht wirklich... Da hinten hin. Guck mal, da vorne können wir hin. Zum Pinguin. Bis zum Pinguin? Nein. Ja, bis zum Wasser, was da vorne rauskommt. Genau. Ready? Okay. Eins, drei, zwei, eins, go. Nein, du bist vor mir. Ich sehe nichts. Hab ich dich gefroren? Hast du gerade geschossen nach mir? Hab ich dich gefroren? Nein. Komm schon. Ah! Ja! Ich hab dich eingefroren. Oh, dann geht's dir gut, Flo. Ist da keine Luft? Nein, nein, nein. Du bist eine Meerjungfrau. Natürlich kriegst du Luft. Komm schnell raus. Alles okay. Es tut mir leid, es war uner. Ist nicht okay aus? Mir, du frierst mich auch. Hier ist der Pinguin. Hallo, alles klar bei dir? Warte. Ich bin jetzt böse auf dich. Ich hab den Pinguin eingefroren. Ach, das ist so... Nein! Ah, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Sie verkauft hier Eiscreme. Hier gibt's Eiscreme. Hier sieht kein Eiscreme. Wieso keine Eiscreme? Nein, komm jetzt. Flo, wieso krieg ich keine Eiscreme? Warte, was? Meine neue Fähigkeit. Eiscreme. Nein! Du, mieser! Wieso hast du mich schon wieder eingefroren? Komm jetzt, wir müssen... Ich kann nicht. Du hast mich eingefroren. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, selber schuld. Junge, lass mich doch frei, endlich. Wo müssen wir denn lang? Warte, hier lang? Hier, hier, hier. Ach, schau mal. Wir müssen angemeldet irgendwie beim Eiscreme-Rennen, Eisbrot-Rennen, irgend sowas. Na ja, bei Eiscreme-Rennen. Ja. Wir machen Rennen in Eiscreme-Rennen, das wäre richtig cool. Boah, das ist wirklich hier. Welche Lieblings-Eis-Sorte? Melone? Ja. Ja. Mein ist Käse. Nein, Spaß, Leute. Nein, gibt es? Nein. Das klingt voll eklig. Warte, wir sind da. Oh, die Bürgermeisterin. In der nächsten Runde treten gegeneinander an. Easy und Flo. Oh, wir sind ja gerade noch pünktlich. Okay. Warte, das heißt, ich muss in mein Boot? Okay. Seid ihr bereit? Drei. Wir haben schon mal die Reifung. Eins. Go! Fahr, fahr, fahr. Oh mein Gott. Junge, was ist mit diesen Booten los? Wie fährt man da bitte auf Eis? Oh mein Gott, du bist viel lang. Ah! Es ist ja so schwer, auf Eis zu fahren. Ich bin im Schiffswrack. Hier kann ich Strecke machen. Ah, nein, das darf doch nicht wahr sein. Hilfe. Ich seh dich. Junge Flo, ich weiß halt nicht, wie man lenkt auf Eisbooten. Ich schaff das. Hör doch mal auf, sich so hin und her zu bewegen, du blödes Boot. Nein. Du musst driften. Ich wehe, ich werd jetzt disqualifiziert. Wehe, ich werd jetzt disqualifiziert. Ich geh jetzt einfach den Weg ab, ist mir egal. Kann ich driften. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin jetzt fast eine Runde rum. Bald. Komm schon, komm schon, komm schon. Warte, ich mach das Boot wieder hin, bevor die das sehen. Und jetzt? Nein! Ich kann kein Eisboot fahren. Ich bin voll schlecht da drin. Und, Bäm, hier bin ich. Bürgermeisterin. Oh nein, es sind Eisgeister. Sie greifen die Insel an. Warte, was? Eisgeister? Nein. Flo, da oben sind Eisgeister. Hast du, hast du... Nimm das schnell. Wo sind, wo sind deine... Ja, wir haben Waffen. Okay, gut. Gut gut. Wir können auch so Fähigkeiten benutzen. Okay, wir müssen die Fähigkeit 4 benutzen, glaube ich. Fähigkeit 4. Guck mal, ich hab hier Fähigkeit 3. Komm schon. Ja, ein Blizzard! Yeah! Fähigkeit 3 ist ein Blizzard. Komm, wir gehen nach oben. Wir müssen es irgendwie schaffen, die Eisgeister zu töten. Warte, wo sind sie? Da vorne. Okay, okay. Warte. Ein Blizzard für dich. Hilft das überhaupt? Nein! Die greifen an. Pass auf. Schieß es ab. Oh, oh. Hilfelfluch. Wir müssen sie töten. Ja, guck mal, die haben schon Eischlingel in sich drin. Und? Ja! Guck mal! Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Flo, ich brauche was zu essen. Hier, komm her, komm her. Schnell, ein Ballon-Smoothie! Ich brauche ihn. Yeah! Der hat mich aufgewärmt. Ich bin sogar wieder aufgetaucht. Aufgetaucht vor allem. Einer lebt noch schon mehr. Einer lebt noch. Warte, da ist mein Golem. Wo ist er? Und? Komm, wir kriegen ihn. Ich friere ihn ein. Ich habe ihn eingefroren. Nein, der greift mich an. Flo hat mich auch eingefroren. Aber nicht so gut hier ist. Golem, mach ihn! Golem, ja! Mit einem Schlag, Alter. Yes! Hint uns! Hint uns! Nein, da sind noch mehr! Oh nein. Oh, oh, Flo. Ich werde es nicht schaffen, glaube ich. Komm. Und? Ja! Nice! Haben wir sie alle? Haben wir es geschafft? Das waren alle. Das waren alle. Nice! Oh mein Gott! Wie heftig! Ja, richtig, richtig cool, Leute! War es gut gemacht, Golem. Oh mein Gott! Hilfe! Der Golem! Erschweck, erschweck! Sag ihm, wir sollen mich nicht angreifen. Okay, Freunde. Dann war es dir mit unserer Folge als Winterwärm gefroren. Wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Flo, du bist mies. Ich bin fast tot. Und schaut bei Flo vorbei. Nee, weißt du was? Schaut nicht bei Flo vorbei. Hey! Schaut einfach nicht bei ihm vorbei. Er bringt mich hier gerade um. Leute, schaut bei Flo vorbei. Genau, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!